Er hat das Ei des Kolumbus erfunden und nachdem er das erfunden hat, hat er die Schweinefinition beeindruckt, dass er Schweinefin bekommen hat und er hat Amerika entdeckt. Sie hat es geschafft, dass das Ei sich stabil dreht. Für uns ist klar, wie kann das Ei auf dem Flugsystem ist ganz klar, er hat es hier in eine Rotation versetzt und das ist ja eine stabile Rotation, aber natürlich nur, wenn das Ei gekocht ist. Wie kann die Aufbau kochtes Ei vom Rohr unterscheiden? Das war noch nicht bei Galileo, ich schaue ja kein Fernsehen, aber Sie schauen so viel Fernsehen, das hat der Galileo da gemacht. Ist von Fender oder wie der heißt, in so einem arabischen Namen hat der. Also Sie haben das Rohrei, was passiert mit dem rohen Ei, das ist ein ganz starre Körper, der dreht sich innen. Wer hat hier Galileo gesehen? Ja, Sie sind doch so eifrig Fernsehscharf zuschaut. Was haben Sie da gemacht im rohen Ei? Internetfernsehermannse, ja, ist das gleiche, also was hat er gemacht? Der hat es getrieben, was passiert mit dem Ei? Ungekippt, nicht geplatzt. So. So, das Rohrei, das kippt um. Jetzt haben Sie hier auf dem Versuch was gelernt, das können Sie mit der Küche anwenden und Ihrer Mama oder Ihrer Mutter oder Ihrer Tante hier in der Küche erklären. Jetzt wollen wir noch ein paar von den Experten dazu sehen. Ja. So.